gut so ja gewicht erhöhen oder erstmal speed würde ich sagen 200 ist eigentlich das gewicht ja gut du kannst dann 180 170 teilen hat das immer noch vollen vollen laufweg 300 300 holz und ich nehme noch mal 200 mit das ist top ob die wette geht leistet ihren ast ab uns läuft sie ihren ast ab in der ganze zeit das gute ist jetzt wenn das geteint ist dann kann das wenig die anderen bären fressen ja klar ein bisschen schon seine ruhe jetzt zum beispiel im wald bis dahinten mein gott abernten ich glaube das ist ja auch sogar mitnehmen kann es ja glaube ich auch schicke mitnehmen wo wir zusammen in der gruppe sind naja da ist eine farm gehst oder wenn einer farm geht halt mitnehmen halt aufpassen ja immer die sache ja spoil spoile miet ich will mal hoffen in dem lagerfeuer wurde nicht geklaut so der fleisch rausgenommen ich habe da gerade kein fleisch aus ich wollte mir gerade eins rausnehmen ja dann ist schon was gespoilt gewesen ich wollte gerade eins rausnehmen und du das habe ich mir gequäbt ja und was die zack zack das mache ich denn food gewicht wollte ich aufsteigen gewicht vergesst du mal gedrückt zu halten sowieso nicht äh ja davon habe ich eigentlich recht viel kann ich die nehmen die dann fress ich die selber komm herrschig 98 gelbe bären ist am fressen gleich guck mal das sind deine freunde langmaschige tiere brauchen hier nicht hallo hallo ich habe das gesagt frage ich nicht nein 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 ich bin zu schwer glaube ich die sogar fette sau ich habe noch dino aaa bei mir drinne geht die auch ges- geht dino aaa auch spoilert ja aber extrem lange vielleicht hat aaa in die hose gemacht ja immer aufsamtsweise nicht jungle 43 da waren das hama nah doch keine gute fiel warum hast du ja das holz ausgenommen eigentlich weil ich gerade das holz im wir als 100 das deck gemacht habe ich muss also ich wollte mein paar sperren machen bestimmt ja drei vier fünf sechs sechs späre oder mann und irgendwas hatte ich noch vor feine feine freude aber noch stück kochstelle jetzt von den boni wechseln ort es geht nicht einfach kaputt so feuer das ausnehmen monster medium monster ja ich würde erstmal das haus fertig man wie gesagt und dann kann man dann alles andere macht zweiten stock oder so was dann zählen wir noch erst mal das austauschen alles level ist kraften nö sagt mich jetzt noch den nächsten weg den kannst du mitnehmen hier nimmt die umliegende items also da packt man das halt so schön voll und was ist fast schon alles wieder weg und dann wird ihn erlaubt du das vier hier oben zu parken das ist automatisch hochgekommen erlaubt dass es oben bleibt warum darf denn dein ziel bleiben was ist mir hinterher gerannt jetzt ist so seins ist auch hinterher gerannt müssen jetzt vergrößern jetzt habe ich gleich kein holz mehr und ich sage dir jetzt schon das ganze holz ist weg 52 kannst du drin lassen ich glaube wir haben gleich zwei volle feuer kisten die ganzen samen noch los werden leder ok jeder ist ja nicht so schwer oh mein gott du kannst ja steigert um zehn das gewicht mein gott das deckt auch nur zwei hohe du bist ja so behindert so pass auf nicht jetzt wundern was auf der kiste liegt das ist einfach nur diese komische dino glas weiß nicht aber weggetan du bleibst du bleibst hier ruhig stehen was sind das kann keine schwierigkeit nicht geben wieder weg die narkotik ich habe jetzt alles mit noch die narkotik aber jetzt nicht mitgekommen ach komm habe ich alles zu noten ich brauche gut gleich noch im schnellen wo ist das ganze narkotik denn jetzt hin ich hätte es reingetan ich hätte auch noch was anders jetzt reingeschmissen ach hier ja ich habe ich habe es wohl beim rausziehen bei der futterkiste reingezogen was vom holz sammeln viel spaß beim holz sammeln viel spaß oder was meinst du warum bin ich denn so schwer was ist denn hier noch so weil du dumm bist ne weil die steine auch noch dumm sind weil du dumm bist na gut das ist äh alle andere sachen ne warum bist du dumm da du wie du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo meine Leiche, wie geht's? Sehr gut, na? Minus 10 Grad, ich glaub, wenn dir einfach zu kalt ist. Hm. Die Sache ist, ja. Frisch wieder. Und? Wow, ich hab 9 Grad noch. Wow. Oh mein Gott. Äh, toll, Bett, 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 warum kann ich kein Bett auswählen? Eins müsstest du auswählen können. Nein, nein, ich kann nix auswählen. Ah doch, weespoi- Ah, das haben die geändert. Ja, hab ich doch gestern schon erzählt. Du musst da draufklicken, das ist ja dümen. Hab ich doch gestern schon erzählt. Wenn du mir nicht mehr da stehen hast. Oh, das ist echt viel zu kalt. Hm. Ich sterb gleich noch wieder. Hm, weil mir meine ich auch rette das Problem. Ich bin schon näher dran. Hm? 7 Grad. Was ist mit dir denn los, Alter? Warum frierst du denn jetzt so hart? Ich muss die Ballen oder von meinen Sachen da hinten reintun. Ja. Minus 7 Grad, das wird auch nicht wärmer. Vorher war es minus 10. Ich bin aber gleich schon wieder tot. Das ist ja little bit blöd. Tag, Mann, mit 70 vor allem schon. Ach gut, ich hab schon wieder gebrochene Knochen. Vor allem so kalt ist. Nein. Ich sterbe halt hier oben noch mal wieder. Komm, Chef. Nein, du bist so tired. Ich bin gleich wieder tot. Schöne Scheiße. Do it, boy, do it, boy, do it, boy. Das ist voll, ich will schnell die Klamotten in die Kiste tun. Nein, 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 ich sterbe, bevor ich da ankomme. Und dort gleich 2,1, tot. Bei 0,7, viel stirbte. Geil, ne? Ja. Tot. Ich konnte gerade noch ein paar Sachen in die Kiste fangen. Nein, warum ist das hier zu blöd? Keine Ahnung. Doch, ich kann doch nicht mal ein Bett sporen. Ich auch nicht. Nicht nur du. Ich kann doch nicht mal ein Bett sporen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020